Rahlstedt. Genauso viele Einwohner wie so manche Landeshauptstadt bei uns. Schon Wahnsinn, ne? Aber hat auch dementsprechend diese große Fläche. Ich werde jetzt nicht in jede Seitenstraße wieder laufen. Das Beste ist auf jeden Fall dabei. Das Beste ist auf jeden Fall. Das Beste ist auf jeden Fall. Das Beste ist auf jeden Fall.